Nächster Tagesordnungspunkt 18, Bebauungsplan Nr. 357b, Dresden-Neustadt, Nr. 39, Leipziger Straße, Neustädter Hafen. Dazu würden wir einsteigen in die Fraktionsrunde und es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Neustädter Hafen, wir sind wieder mal ein Etappenstück an einer ganz, ganz langen Geschichte. Der Rahmenplan vor zehn Jahren beschlossen, dann im Prinzip mehrere Bebauungspläne, Diskussionen um Globus, Diskussionen um HafenCity, Diskussionen um Marina Garden, eine Klage einer verärgerten Investorin, die sich im Prinzip im Verwaltungshandeln nicht durch den Stadtrat, sondern durch die Verschleppung einer Bauvoranfrage zu einer Klage umhundert fühlte, die sie im Prinzip haushoch verloren hat. Anders im Prinzip in der HafenCity. Die Projektentwickler dort, USD Immobilien, haben 2014 den Kontakt zum Stadtrat gesucht, haben sehr transparent verhandelt, haben sehr aufgeschlossen auf Gestaltungswünsche reagiert, haben einen Architekturwettbewerb durchgeführt und was für uns als Linke besonders bemerkenswert und wichtig ist, sie haben sich bereit erklärt, bevor es ein Konzept zur kooperativen Baulandentwicklung gibt, 15 Prozent Sozialwohnungen umzusetzen und zu bauen. Insofern steht auf der Plus-Seite, auf der Haben-Seite dieses Bauvorhabens sehr viel und wir würden uns wünschen, dass mehr Bauträger auf so im Prinzip mit dem Stadtrat, mit der Öffentlichkeit kommunizieren würden. Insofern eine sehr gelungene, lange Entwicklungsgeschichte. Auf der anderen Seite, und es reicht eben bei meiner Fraktion am Ende nicht zu einer Zustimmung zu diesem Bebauungsplan, sondern wir werden uns der Stimme enthalten, bleiben, gewisse Mankos, gewisse Bedenken. Das, was dort entsteht, was dort entstanden ist, der Riegel zu Mennerini, die sich ankündigende Bebauung, ist die Frage, ob sie in der Öffentlichkeit gestalterisch Bestand hat, ob sie gefällt. Und das ist aber auch eine Frage, wo man sagen könnte, das hätte man im Wettbewerb mit besser, im Architekturwettbewerb besser bewegen können, besser im Prinzip hineinbeauflagen können, auch in den Bebauungsplan, das ist nicht geschehen. Und auf der anderen Seite aber ein Grundbedenken, was bei jeglicher Bebauung jenseits der Leipziger Straße Richtung Elbe bestand, die Frage des Flutschutzes. In der letztendlich auch heute zu beschließenden Abwägung hat die Landestalsperrenverwaltung weiterhin Bedenken zum Flutschutz geäußert. Sie hat sie nicht zurückgenommen und diese Gefahr bei einem erneuten Hochwassergebiet, dass dieses Gebiet nicht hinreichend geschützt ist, dass es dort zu Problemen kommen kann aufgrund des Hochhauses, das ist geblieben. Insofern hat es bei meiner Fraktion zu einer Zustimmung nicht gereicht. Und wir werden in Zukunft auch im Prinzip weiter diese Sorgen ernst nehmen, um nicht weiter im Prinzip auch gerade bei Flutereignissen, die in der Vergangenheit liegen, wo das Gedächtnis nachlässt, wo man überlegt, es geht mit Flutschutzmaßnahmen vielleicht doch. Sie sind anfällig, die Natur ist unberechenbar. Insofern sollten wir in Zukunft bei Bebauungsplänen mehr Abstand von der Elbe lassen, als es hier vielleicht der Fall ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Enge. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der jetzt vorliegende Beschlussvorschlag hier ist ein Kompromiss, so ehrlich muss man auch sein. Auf der einen Seite haben wir hier 300 neue Wohnungen, die geschaffen werden, was per se erstmal gut ist. Es ist das allererste Projekt in Dresden, wo die damalige rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit mit einem Investor zusammen die Schaffung von mietpreisgebundenem Wohnraum auch aus... Das Erste, was tatsächlich jetzt damals diskutiert... Nein, da hat er Dresden wieder Unsinn erzählt, aber egal. Nein, es ist natürlich aber trotzdem ein Vorhaben, was nicht einfach ist. Und da hat Herr Wirtz ja schon ein paar Aspekte auch angesprochen. Das Thema Überschwemmungsgebiet ist nach wie vor ein Problem. Es gibt natürlich oftmals auch Erinnerungen an die Bebauung, an die Nutzung, die es vorher gab, bevor dort entsprechend jetzt was anderes geschaffen wurde, wo natürlich sich viele auch etwas hätten vorstellen können mit dieser schuppenartigen Struktur. Da sind sicherlich nicht alle glücklich. Trotzdem, es war damals ein verhandelter Kompromiss. Der wurde weiter qualifiziert. Die Beteiligten haben Wort gehalten und dementsprechend sollte der Stadtrat heute dieses Projekt auch so beschließen. Ich möchte noch mal zum Thema Hochwasserschutz auch eine Bemerkung loswerden lassen. Wir haben ja gerade unter Federführung von Frau Jeniken einen sehr umfassenden Beteiligungsprozess zum Thema Hochwasserschutz Pieschen-Leipziger-Vorstadt, wo es da ganz konkret darum geht, welche Linien findet man da. Wir diskutieren an anderen Stellen teilweise sehr, sehr offensiv auch, dass man dezidiert auch zurückgeht und dem Fluss auch Raum lässt. Die Planung, die wir hier jetzt vorliegen haben, ist dahingehend natürlich ein bisschen eine andere. Das lässt sich hier an dieser Stelle nicht mehr ändern, sollte uns aber, glaube ich, in Zukunft auch immer ein bisschen im Hinterkopf bleiben, damit wir da tatsächlich zu einer konsistenten Stadtentwicklung auch kommen. Aber wir werben trotzdem um Zustimmung zu dieser Vorlage. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Bündnis Neutische Grünen, Herr Löse. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger am Stream. Es geht um ein ganzes Wohngebiet, über das wir heute reden. Das machen wir nicht so oft. Ich habe nochmal geguckt, 365 Wohnungen sollen gebaut werden. Das ist ein Thema, was uns schon sehr lange begleitet. Es wurde darauf hingewiesen. Der Stand vor zehn Jahren war, dass OSD diese Fläche gekauft hatte. Und wir damit rechneten, dass ohne Bebauungsplan dort nach § 34 Baugenehmigungen ausgereicht werden. Und wir das Gefühl hatten, dass das nicht der Weg von Stadtentwicklung sein kann, den wir uns wünschen. Wir haben als Grüne hier einen sehr langen internen Diskussionsprozess, sowohl in Pieschen mit unserer Partei, als auch mit der Fraktion hinter uns. Denn für uns steht natürlich schon das Problem Hochwasser- und Flutereignisse ganz zentral vorn. Wir haben zweitens das Problem, dass wir in diesem Gebiet sich entwickelt haben, die letzten 15 Jahre eigentlich sehr interessante Nutzungen, die dort sich angesiedelt hatten und die von den Dresdnern und Dresdnerinnen ja auch sehr stark nachgefragt wurden. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir den Weg gehen, dass wir versuchen, dieses Vorhaben zu qualifizieren. Es wurde dargestellt, damals angeregt, dass wir in Dresden mal über ein Modellprojekt, nachhaltige Stadtentwicklung, reden. Sind dann auch mit den Investoren, gab es damals eine Veranstaltung in der Galerie Zanderkasten, ins Gespräch gekommen. Die haben zunächst recht, soll ich sagen, zurückhaltend reagiert. Und dann hat sich aber nach und nach auch da ein Verständnis und auch bei USD so ein bisschen hatte ich das Gefühl entwickelt, dass sie mal wirklich was machen wollen, was sie vielleicht noch nicht gemacht haben. Wir haben dann einen städtebaulichen Wettbewerb gemacht. Rode Can hat den gewonnen, Dresdner Büro. Wir haben dann auch Querfeld 1 als Freiraumplaner dort als Gewinner. Und wir haben dann einen weiteren Wettbewerb gemacht für die Architektur. Dort hat Weinmiller Architekten aus Berlin dann den Zuschlag für die Gebäude am Ufer direkt bekommen. Nun will ich mal so ein bisschen Bilanz ziehen aus grüner Sicht. Wir haben ja gesagt, wir wollen dort mal was Neues in dieser Stadt versuchen. Damals waren die Mehrheiten auch wirklich noch anders. Wir haben dann mit den Partnern von Linke und SPD, auch mit den anderen, die mitgetan haben, das Projekt gemeinsam entwickelt. Ich will mal sagen, was an Nachhaltigkeitsstandard jetzt doch verankert ist. Wir haben die Gebäude im KfW 55 Standard. Das ist kein schlechter, das heißt, wir sparen eine Menge Energie im Gebäudesektor. Wir haben auf den Gebäuden, wo es geht, Gründächer. Wir haben auch PV-Anlagen, die dort installiert werden. Wir haben Schnellladeplätze für Elektromobilität. Wir haben auch Fahrradabstellplätze mit Lademöglichkeiten, auch für Elektrofahrräder. Wir haben Carsharing-Plätze. Es wurde schon gesagt, auch Sozialwohnungen sind eingeordnet, noch bevor das kooperative Baulandmodell von uns beschlossen wurde. Die Häuser sind sämtlich barrierefrei. Dann kann man ja sagen, schön, USD erzählt das so, aber all das ist im städtebaulichen Vertrag verankert. Und wenn wir heute den B-Plan beschließen, heißt das, das ist auch gültig. Das ist die Rechtsgrundlage. Das heißt, USD muss und wird sich daran halten. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier mal zum Beschluss kommen. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass das ganze Wohngebiet durch Fernwärme versorgt wird. Das ist eine gute Entscheidung. Die Fernwärmetrasse läuft unter diesem Gelände und versorgt auch den Schulkomplex Erfurter Straße mit Fernwärme. Das ist mal nachgerechnet worden. Die Drehwag, zumindest habe ich das so gefunden, hat seit 2000 durch Fernwärme ungefähr 7,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Am Ende, wenn man schaut, ist es natürlich immer so, dass auf diesen Wegen, die man politisch beschreitet, man Erfolge hat oder auch weniger Erfolge. Ich denke, in der Endabwägung, wenn man immer so sagt, Politik ist das Machbare, denke ich, dass wir schon ein Stück drüber sind. Es ist keine CO2-neutrale Modellstadt geworden. Aber es ist für die Dresdner Verhältnisse, muss man mal so sagen, doch eine Entwicklung, die ich doch in diesem Zusammenhang ganz innovativ finde. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass die Verwaltung jetzt dranbleibt in der Qualifizierung auch direkt am Bau. Und da gebe ich meinem Kollegen Thilo Wirz recht. Das Kreativzentrum, was wir dort haben, als Abschattung sozusagen geräuschkulissenmäßig zu Mennerini, da hätte ich höhere Erwartungen gehabt. Und da bin ich schon der Meinung, dass die Stadtplanung sehr genau schauen muss, dass sie auch in der Ausführung vor allen Dingen jetzt mit den Architekten in Berlin und mit USD als Unternehmen so arbeitet, dass das, was wir auf den Hochglanzprojekten da sehen, auch zur Ausführung gelangt. Also das Projekt ist mit heute noch nicht abgeschlossen, es wird ja bereits gebaut. Jetzt geht es darum, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung es wirklich zu einem guten Projekt für Dresden zu bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. AfD das Wort gewünscht? Sieht auch nicht so aus. Damit werden wir die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen an den Datenendgeräten. Lassen Sie mich mal so starten. Wir haben jetzt heute 2020 und ich habe größtes Verständnis, wenn insbesondere neue Stadträte dieser Vorlage jetzt nicht zustimmen können oder wollen. Weil, was wir jetzt beschließen, ist quasi aus der Sicht von heute nicht wirklich zeitgemäß. Aber wir müssen das auch den ganzen Entwicklungen angucken. Und ich will hier kurz skizzieren, warum das eine wirklich interessante und sehr, sehr wichtige Entwicklung, sowohl für die Stadtpolitik als auch für das Denken, wie planen wir Gebiete, wie gehen wir, daran ist. Wir kommen aus einer Zeit, ungefähr 2010, da sollte das schon bebaut werden. Da hieß es HafenCity, HafenCity 1. Und da hatte eigentlich niemand, also wirklich niemand, so größere Probleme. Und damals war wirklich massiv gebaut. Damals hat der Investor quasi geplant, was er will. Und damals hatten kaum jemand was dagegen. Gerettet hat uns letztendlich damals die Flut. Da muss man ehrlich sein. Das Gebiet wurde überflutet. Danach hat die Stadt selber einen Stopp gemacht. Und dann hat die Politik angefangen. Dann hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Die hat dort Demonstrationen gemacht. Ich erinnere mich an die Demo mit den Gummistiefeln und so weiter. Alles sehr schön. Und das hat ein Umdenken gemacht. Dann kam 2014, es kam ein neuer Stadtrat. Und man kann es auch benennen, Herr Löser, der, die da noch dabei waren, das waren die Piraten. Und dann haben wir nämlich etwas gemacht. Wir haben uns hingesetzt und haben harte Verhandlungen gemacht. Wir haben hart verhandelt. Wir haben gesagt, sie können da bauen, aber sie müssen was verändern. Und sie müssen hier ein Umdenken machen. Und sie können auch die Ersten sein, die hier wirklich sozusagen diesen Prozess Investor, Gesellschaft, Politik zu einem positiven Abschluss bringen. Und ich sage mal, was wir da verhandelt haben. Es war geplant, dass vorne direkt an die Elbe noch ein Hochhaus kommt. Ein ziemlich hohes Hochhaus, was man hätte von der Brühlischen Terrasse aus gesehen. Und was auch quasi, wenn man jetzt die Elbe entlang kommt, die Brühlische Terrasse abgedeckt hätte. Das Hochhaus ist weg. Es war in der Ursprungsplanung nicht klar, ob ein Zaun drumherum kommt. Es war nie kommuniziert. Es hätte eine Gated Community sein können. Also abends ist es zu oder es ist immer zu. Es war auch nicht klar, ob der Elbradweg frei bleibt. Man hätte halt eventuell, hätte es sein können, dass man dann außen rumfahren muss. Das haben wir sozusagen da rein verhandelt. Wir haben, und in meiner Erinnerung ist es so, es ist das erste Projekt gewesen, wo wir überhaupt über Sozialbindung geredet haben. Und zehn Prozent haben wir rausgehandelt. Das war, bevor klar war, ob es eine Landesförderung gibt. Das war sozusagen damals wirklich bahnbrechend. Und, was ich auch sehr wichtig halte, das erste Hafencity-Projekt von 2010 hatte einen Objektschutz. Es war also geplant, dass das Objekt sich selber bei der Flut schützt und alles andere nicht. Und jetzt ist es Teil von einem Gebietsschutz. Und der Gebietsschutz soll, vielleicht werden wir ja alle noch so alt, irgendwann dann bis hinten nach Pischenmicken durchgehen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich kann sehr gut verstehen, wenn man jetzt wirklich Bauchschmerzen hat. Wir sind jetzt bei 30 Prozent Quote, jetzt beschließen wir zehn. Aber ich war damals Teil von diesem Verhandlungsteam. Ich habe immer gesagt, wenn Sie sich bewegen, wenn Sie keinen Scheiß machen, wenn Sie sozusagen nicht irgendwie vertragsuntreu werden, dann werde ich das auch nicht. Und deswegen werde ich heute, 2020, dem auch zustimmen. Dankeschön. Weitere Wortmeldung, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Neuen werden sich wahrscheinlich wundern, warum hier so viele vorgehen. Aber Sie mögen daran ersehen, dass es wirklich ein emotionales Thema für uns war, was uns lange beschäftigt hat. Und deswegen möchte ich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ich damals auch dabei war. Und okay, zunächst ist es mir mal wichtig zu sagen, lieber Thomas Löser, es liegt im Ortsamtsbereich Neustadt und nicht Pischen. Ich freue mich immer, wenn die Pischenerinnen und Pischener sich da auch immer so sehr dafür interessieren, für das Thema, genauso wie für das Thema Globusgelände. Aber es liegt in der Neustadt und deswegen möchte ich da gerne auch was dazu sagen. Im Endergebnis stimme ich allerdings Thomas Löser und den meisten Rednern zu. Es ist jetzt ein Projekt rausgekommen unter den gegebenen Randbedingungen, dem man wohl so zustimmen kann. Ich tue mir trotzdem schwer und ich möchte auch Dinge aufgreifen, die schon gesagt worden sind und vielleicht noch ein bisschen verstärken und vielleicht auch mal ein Stück weit noch mehr Klartext reden. Als wir im Jahre 2014, 2015 dann tatsächlich mit der neuen Mehrheit dann handlungsfähig waren als Stadtrat, fanden wir eine Situation vor. Herr Rausch mit Lamonteng war damals noch nicht Bürgermeister und in seiner Zeit, also vor seiner Zeit, jedenfalls ist es mein Eindruck, ich habe das auch noch nie so klar ausgesprochen, war es wohl so, dass die damalige Stadtverwaltung, das damalige Stadtplanungsamt, USD-Zusagen gemacht hat, die wohl weit über das hinausgegangen sind, was man einem Investor für Zusagen macht. Das heißt, ich ganz klar gesagt, ich hatte den Eindruck, falls USD klagt, kommt irgendwann einmal ein Friftstück unterzeichnet von einem maßgeblichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf den Tisch des Hauses und da stehen dann irgendwelche Zusagen, Zusicherungen drin, also irgendwelche Dinge, die rechtlich verwertbar waren. Das hat für uns bedeutet, dass wir dort nicht mit ganz harten Karten spielen konnten, sondern dass wir versuchen mussten, dort einen Konsens zu finden, um eben dort eine Bebauung nach § 34 zu verhindern. Nochmal eine kleine Korrektur, wir hatten auch schon 2015 mit USD verhandelt und das erste Projekt war nicht hier dieses Hafen-City-Projekt, sondern dieses Projekt an Dr. Friedrich-Wolf-Straße, wo wir es geschafft haben, eines der vier Häuser mit Sozialwohnungen frei verhandelt mit USD durchzusetzen. Das ist leider auch in der Stadtöffentlichkeit bis heute nicht wirklich angekommen. Zu der städtebaulichen Lösung, Thomas Löse hat gesagt, sie ist glücklich. Ich sage dazu, ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas klare Öffnungen zur Elbraum auch praktisch für das Gebiet nördlich auf der anderen Seite der Leipziger Straße schaffen würde, aber bitteschön, es wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt und das kam dann raus. Wollen wir hoffen, dass es gut wird? Ich bin davon nicht wirklich überzeugt. Jetzt aber die entscheidende Frage, Hochwasser. Wenn man sich die alten Karten anguckt, insbesondere die Karte von 1845 von der damaligen Überschwemmung, die ungefähr das Niveau hatte von 2002, dann sehen wir, dass dort das Wasser bis zur Leipziger Straße gegangen ist und deswegen war praktisch bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als dort die ersten Hafenanlagen entstanden sind, dort auch keine Bebauung. Und die Vorfahren haben das schon gewusst, warum das so ist, weil es einfach klassisches Hochwasserschutzgebiet ist. Und es ist auch kein Zufall, dass die Leipziger Straße genau dort liegt, wo sie liegt. Sie liegt nämlich dort, wo, sage ich mal, die erste hochwasserfreie, hochwassersichere Strecke ist. So, und jetzt bauen wir unterhalb. Und dann hat die Stadtplanung und der Investor eine tolle Lösung gefunden. Die Häuser stehen nämlich jetzt auf sogenannten Warften, zu deutsch auf einem Erdhügel. Und so soll dann die Hochwassersicherheit gewährleistet werden. Ja, das kann man machen. Aber wenn man jetzt tatsächlich den Anspruch hat, gebt den Flüssen mehr Raum und wir bauen nicht mehr Überschwemmungsgebieten, dann ist das ein Sündenfall. Und das sage ich ganz klar. Es ist ein Sündenfall, der im Grunde, aufgrund der schon vor 2014 verbockten Situation notwendig war. Wenn es anders gegangen wäre, wenn wir nicht so vorfestgelegt gewesen wären, hätte ich mir durchaus auch eine andere Entscheidung gewünscht. So, jetzt geht es aber darum, wie geht es jetzt weiter. Die Hochwasserschutzlinie wird geplant. Und dort geht es dann darum. Und das sind dann die ganz schmerzlichen Entscheidungen. Und da kann ich mir auch schon vorstellen, wie die Entscheidungen ausfallen werden. Dort ist dann das Eselsnest, dort ist dann eine Kleingartenanlage, dort ist eine Sportanlage. Und natürlich gibt es da dann massive Interessen, die auch immer großen Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten werden, die dann sagen, ja, diese Anlagen, die sind uns lieb und teuer, kann ich auch verstehen. Und die müssen auch geschützt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Anlagen sind alle entstanden, nachdem dort diese Hafenanlagen entstanden worden sind. Und die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, denke ich, wurde es nochmal um ein bis zwei Meter nochmal aufgeschüttet. Das ist mitten im Überschwemmungsgebiet. Wenn wir eine ernsthafte Hochwasserpolitik entsprechend der richtigen Maxime, gebt den Flüssen mehr Raum, machen würden, dann müssten diese Anlagen außerhalb einer Hochwasserschutzanlage bleiben. Und sie müssten auch, sage ich mal, mittel- bis langfristig eigentlich verlagert werden. Ich wollte das einfach in diesem Zusammenhang mal gesagt haben, weil im Grunde diese Debatte völlig aus unseren Köpfen entschwunden ist. Das mag auch daran liegen, dass wir jetzt in der Klimakrise sind und es alles sehr heiß ist. Aber wir werden weiterhin damit rechnen müssen, dass wir gravierende Hochwasserereignisse bekommen werden. Und dann werden diese Flächen überschwemmt werden und sie werden Retentionsraum wegnehmen für die anderen Stellen an der Stadt. Also ich habe Verständnis dafür, dass wir heute dieser Vorlage zustimmen. Aber eigentlich ist sie unter diesem Aspekt nicht vertretbar. So, damit wäre die Rednerliste abgearbeitet. Und ich darf den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. 56 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 12 Enthaltungen, damit so beschlossen. Wir kämen jetzt wieder zu Beginn der Tagesordnung und setzen von vorne an.